Hallo, ich bin der Oliver, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus ganz südlich am Zipfel von Bayern, an der Grenze zu Österreich aus Burghausen. Warum ich mich dazu entschieden habe, das kam damals 2004 nach meiner Hauptschule. Meine Mutter hat gemeint, hey komm, mach doch mal ein Praktikum, schau dir das mal an. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann die Sozialpflegeschule gemacht, habe dann ein Jahr mal Auszeit genommen, aber mich hat es immer wieder in die Pflege zurückgezogen, weil es mir einfach wirklich Spaß macht, weil es interessant ist, weil die Leute auch einem was erzählen können. Die AWO hat, was ich so mitbekommen hat, ein gutes Image, hat einen guten Ruf, ist offen und nicht so, wie soll ich sagen, so konservativ in mancher, hinsichtlich der Weltanschauung und auch Freunde von mir haben gesagt, hey komm, geh zu AWO, das ist das Beste, was du machen kannst. Ich muss auch sagen, ich fühle mich echt wohl.